Ah, wir gucken mal ins Logbuch. Codex. Saving. Ja, die sehen nicht allzu gut aus. Interesting. Interesting. Und einen Sofa zu finden, dürfte ja hier kein Problem sein. Oder? Mehr tot. Es ist ein Blutbath. Ich habe eine schlechte Gefühl. Wir sollten nicht... Klapp. Was ist das Geräusch? Ein Adjutant. Oh, nein. General muss das Platz haben, um es zu halten. Es hört sich groß an. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich dagegen nicht kämpfen. Die Aufbereitungsanlage wird augenblicklich abgeriegelt. Dies ist eine Anweisung mit Priorität Alpha. Wer oder was auch immer versucht, das Gebiet zu evakuieren, wird gnadenlos eliminiert. Die Schläuche Rohre führen also dahin. Er muss das Geräusch anziehen. Sie müssen den Power Breaker finden. Gebt die Pipe. The whispering is receding. Maybe the adjutant doesn't like its odds. Don't kid yourself. I've seen one of those things take down a squad of soldiers. Wir sind aber mehr als nur ein Truppsoldaten. Das ist mir gerade mal aufgefallen. Das sieht nicht gut aus. Okay, Moment. Sonst ist hier nichts. Was für ein widerliches Fies ist das denn? Das sieht aus wie ein Angst zu mir. Okay, zurück zur Tür. Zumindest halten die nicht allzu viel aus. Schöpferd, schau mal. Mehr Adjutant. Wir können sie nicht wegnehmen. Ich denke, wir haben sie alle. Wir versuchen den Elevator wieder. Stay alert. Okay, wir gehen in den Elevator. Ich habe die Tür. Nur um. Auf die Mäne. Was macht ihr, Mary? Es ist ein Prozess. Es ist klar, dass der General geöffnet hat, um die Adjutant zu halten. Und mit ein paar Unvergleichen. Ja, die Kreaturen haben sie verletzt, aber sie haben nicht mehr Adjutant zu halten. Ich kann es nicht schlafen. Es ist ein Problem. Sie sind einfach verletzt. Es gibt ein Rhythm für diesen Ort, Aria. Für Cerberus. Wenn wir es hier rauskennen können, vielleicht fühlst du es auch. Whatever ist in unsere Weise, wir haben es. Was ist ein Problem? Ich kann es verstehen, dass die Drillen nicht mehr so gut sein können. Ich kann es verstehen, dass die Drillen nicht mehr so gut sein können. Cerberus muss sie sich arbeitieren. Sie müssen sie sich arbeitieren. Wir müssen die Reaktoren einigen. Die Reaktoren sind dort auf der Oberfläche. Wir finden uns einen Weg nach dort. Oh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Shit. Okay. Okay. Come on, Mooney. Nadu? No! Sie hat spekuliert. Jetzt sind die beiden da drinnen gefangen. Okay. Die halten ein bisschen was aus. Müssen den Reaktor überlassen. Hi. Okay, wir müssen den Reaktor überlassen. Ich glaube, wir haben die Couch nicht gefunden. Sie können das nicht tun, Herr Kommander. Es gibt mehr als du wissen. Der Reaktor schützt die Lebensmittel für viele Wärte über die Station. Es schützt, und tausende Menschen zerstören. Du hörst das, Aria? Ja, und ich nicht. Schützt es! Schöpfer, nicht! Versuch die Kraft entfernt von den Forstfielen. Damn it. Hold tight down there. Rerouting the power to maintain the other systems. Are you crazy? We're almost set. Nairin, watch your flank. This is who you're working for, Shepard. She doesn't care who gets hurt. What are you waiting for? Oh, the reactor. She just threw thousands of lives away. Shepard, Nairin's down. I'm stabilizing. You can't reroute power in time. Hit the fucking overload. Now. This shouldn't be that hard. Maybe something inside is holding you back. Maybe deep down you're starting to think the galaxy might be better off without her. She's never going to learn. She'll never change. Even if you win, Omega loses. Enough. gera! Watch your room! No! No! So be it. All units, battle stations, prepare for attack. Get the demolition crews into position. You okay? Despite your best efforts to kill me, your soft heart almost cost me everything. Quiet, Arya. It worked. Shepard saved us without sacrificing innocent lives. I applaud him. I suppose. Whatever. You fought bravely against those mechs in there, Nairine. Very impressive. But? Why can't you bring that same grit when adjutants attack? It's pathetic. You tense up at the mere mention of those abominations. Lay off. She just saved you. I'm trying to help her, Shepard. Call it tough love. The war's starting. I don't mean to miss it. She's never been big on thank yous. Getting reports. All force fields down. Civilians taking to the streets and droves. Cerberus pulling back. That won't last. The people don't have the training to go up against Cerberus frontlines. They'll be wiped out. Civilian casualties can't be avoided. You'll have to accept this. Say what you will, Arya. I won't allow senseless deaths. Do what you can to protect them. Of course, Commander. Arya, Bray here. Report. My team is scouting the maintenance tunnels. We've encountered Cerberus forces escorting engineers. They're moving gear. Look to be setting explosives to the station's central support columns. Bray, engage. Delay them as long as you can. We're coming. Got it. Roll out, people. If they detonate the main column, they'll cut off the way to afterlife. The Talon offensive will be stopped cold. So we split up? Yes. Nirene, leave the frontal assault. Shepard and I will meet you in the markets after we've taken care of those bombs. Of course. But don't count on me building your memorials if you get yourselves killed. I like it when you're feisty. The only route to the central column is through the tunnels. Okay, she bleibt. Vielleicht finden wir eine Donauti-Couch. Mit support. You know what? You need sauce. You don't use any sauce. You need sauce. We're going too far! We're going too far. We're going too far. We're going too far. Oof. Okay. Ich muss sie doch erwischen. Ihr habt einen Toten. Uh.